Wissen Sie, was ich an Ihrer Entscheidung zu vorgezogenen Weihnachtsferien nun überhaupt nicht verstehen kann? Immer wieder argumentiert diese Landesregierung damit und auch letzten Mittwoch, wir brauchen keine kleineren Lerneinheiten, Schulen sind sichere Lernorte, da passiert nicht viel im Schulunterricht, da sind die Kinder sicher. Unterstellen wir mal einen kurzen Augenblick, die Landesregierung hätte recht mit ihrer Behauptung. Dann frage ich mich aber, warum müssen dann die Kinder die letzten Tage vor Weihnachten komplett aus den Schulen raus? Nach Ihrer Argumentation müsste doch genau das Gegenteil der Fall sein. Wenn Schulen denn so sichere Orte sind im Augenblick, dann sollen wir die Kinder doch möglichst bis zum letzten Tag der Möglichkeiten in diesen Schulen halten. Nach Ihrer Argumentation wäre das das einzig Logische. Doch das tun Sie nicht, Sie wollen die Schulen schließen, Digitalunterricht ist auch nicht vorgesehen, anders wäre ein Weihnachtsfest im erweiterten Familienkreis auch nicht zu gewährleisten. Das ist entlarvend, liebe Frau Gebauer. Damit räumen Sie ein, dass Sie nämlich selbst davon ausgehen, dass in Schulen ein hohes Risiko in unserem Land besteht. Sonst macht Ihre Entscheidung für die vorgezogenen Weihnachtsferien doch überhaupt keinen Sinn, meine Damen und Herren. Ich beende jetzt mal meine Unterstellung, dass die Landesregierung recht haben könnte. Das ist nämlich eindeutig nicht der Fall. Aber bei Ihrer Entscheidung geht es auch gar nicht darum, ob das Sinn macht mit den vorgezogenen Weihnachtsferien. Auch hier an dieser Stelle geht es Ihnen um etwas ganz anderes. Herr Laschet, Frau Gebauer, Sie haben doch verzweifelt versucht, mit dieser Spontaneingebung von unserer Plenardebatte am letzten Mittwoch abzulenken. Eine Debatte, in deren Verlauf sich die Landesregierung öffentlich bis auf die Knochen blamiert hat. Das ist doch der Fall. Und dann musste eine Blindgranate her, ein Ablenkungsmanöver, denn viel mehr ist Ihr Vorstoß in Wahrheit doch nicht. Und doch, wie so oft, wenn man keinen Kurs hat, dann hat dieses Ablenkungsmanöver einen noch tiefer in die Krise geführt. Und da stecken Sie jetzt genau drin mit diesem Ablenkungsmanöver. Glauben Sie denn wirklich ernsthaft, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt montags und dienstags frei haben, sich den ganzen Tag in ihrem Kinderzimmer aufhalten werden? Die Jüngeren werden sich zum Spielen verabreden. Die Älteren werden die Tage nutzen, um Weihnachtsgeschenke im Einkaufszentrum einzukaufen. Und andere müssen in die Notbetreuung, übrigens in eine Notbetreuung mit dann gemischten Gruppen wahrscheinlich, während wir vorher doch so streng uns bemüht haben, die Klassenverbände konzentriert zu halten und keinen gemischten Unterricht zu machen. Wie wollen Sie denn diese Notbetreuung überhaupt organisieren? Nein, Frau Gebauer, eine Vorkarantäne ohne Elemente von Quarantäne ist nichtmals die halbe Miete. Aber wir wollen nicht zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, in komplette Quarantäne schicken. Ich hoffe, das will auch keiner. Und deswegen ist Ihr Konstrukt vom gedanklichen Ansatz her schon durchgefallen. Und es rächt sich wieder, dass Sie kein Gesamtkonzept für die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen haben. Und Schulen laufen Sturm, weil Sie nicht wissen, was ist mit den Klassenarbeiten, was ist mit den Klausuren, die zu organisieren sind. Müssen wir diese Tage nachholen? Mir schrieb heute Morgen noch eine Schulleiterin, habe ich denn jetzt frei? Ist das ein flexibler Ferientag? Wie organisiert man sowas alles? Planungen, auch hier leider wieder Fehlanzeige, Frau Gebauer. Und eins ist besonders erstaunlich, Frau Gebauer. Sie haben hier am Mittwoch noch gesagt, und da bin ich ein Stückchen nachdenklich geworden. Ich höre Ihnen ja zu. Sie haben gesagt, Sie haben sich unter anderem auch deswegen gegen kleinere Lerneinheiten, die Kombination aus Präsenz- und Digitalunterricht entschieden, weil Sie nicht vom bundesweiten Verbund abweichen wollten. Weil Sie gesagt haben, Ihnen ist es wichtig, dass in allen 16 Ländern das möglichst einheitlich ist. Frau Gebauer, wenn Ihnen das so wichtig ist, warum dieser Spontanvorstoß, dieses alleine Fortpreschen mit den vorgezogenen Weihnachtsferien? Nichts ist abgestimmt. Die Reaktionen aus den anderen Landesregierungen haben Sie schon gehört. Auch da ist Entsetzen für Ihren alleinigen Vorstoß in diesem Bereich. Applaus Und wenn Ihnen eine gemeinsame Linie so wichtig wäre, der Kultusministerin und Kultusminister in diesem Land, dann achten Sie doch mal darauf, was andere Länder besser machen als Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen und Hessen gehen jetzt den Solinger Weg. Berlin und Bayern gehen in eine ähnliche Richtung. In Nordrhein-Westfalen wird dieser Weg verboten. Schauen Sie sich mal an, was in Hamburg gemacht wird. In Hamburg gibt es Schnelltests für Schülerinnen und Schüler, wo es Infektionsgeschehen gibt. Das wäre mal ein sinnvoller Anlass. In Nordrhein-Westfalen gibt es nichts davon. Heute hören wir von einem neuen Höchststand bei den Neuinfektionen durch das RKI. Und auch wenn man sich die Zahlen des RKI anschaut in Bezug auf die Inzidenz bei Jugendlichen, also im Alter von 10 bis 19 Jahren, dann sind diese Zahlen vom RKI Grund zur Sorge. Und ja, wir sind uns einig darin, dass Kinder und Jugendliche keine Treiber der Infektion sind. Und nichtsdestotrotz ist ein differenzierter Blick auf die Kinder und Jugendlichen notwendig. Denn natürlich werden sie älter. Und je älter sie werden, umso wichtiger ist es, auch da auf die Inzidenzen zu schauen. Darauf muss man auch vorbereitet sein. Wer entscheidet eigentlich in diesem Land, wie es mit der Schulpolitik weiterzugehen hat? Die Schulministerin wird ja nicht müde, darauf zu verweisen, dass eigentlich die örtlichen Gesundheitsämter die Verantwortung haben für die konkreten Infektionsschutzmaßnahmen. Wenn sich nun aber Kommunen auf den Weg machen und verantwortlich, aber vor allem präventive Konzepte auf den Weg bringen wollen, der Solinger Weg ist genannt, dann, übrigens auch abgestimmt mit den Gesundheitsämtern, dann wird es den Kommunen verboten. Da stellt sich schon die Frage, wer entscheidet in diesem Land eigentlich über verantwortungsvolle Gesundheits- und Schulpolitik? Und auch ansonsten hält die Ministerin ja stolz an ihrem Kurs zum Präsenzunterricht fest. Aber auch dort lesen wir doch, wenn wir so weitermachen, wenn Sie, Frau Ministerin Gebauer, so weitermachen und ohne Konzepte, mit denen wir auf ein steigendes Infektionsgeschehen reagieren können, weitermachen, dann wird es einen schleichenden und dann wird es einen ungesteuerten Lockdown in unseren Schulen geben. Und dafür tragen dann Sie die Verantwortung, Frau Ministerin Gebauer. Sie versuchen doch hier eine Normalität zu suggerieren, die es so nicht gibt. Und verantwortungsvolles und vorausschauende Politik muss doch die Frage von Bildungsgerechtigkeit und Infektionsschutz miteinander verbinden. Und dazu gehört es hier endlich Wege aufzuzeigen, wie die RKI-Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Der Präsident des RKI ist ja schon fast flehentlich dabei, diese Hinweise auch hier in Richtung dieser Landesregierung zu geben. Die Verkleinerung von Klassen durch Hybridmodelle, alternative Lernräume, kreative Konzepte, all das liegt auf dem Tisch. Und da geht es eben nicht um Schwarz oder Weiß, um Auf oder Zu, sondern da geht es darum, Konzepte zu entwickeln, wie wir es ermöglichen können, dass wir die Schulen möglichst lange offen halten können, dass Kinder tatsächlich auch von Bildung profitieren können. Und dafür braucht man eben genau diese Konzepte. Aber auch der Ministerpräsident wird ja nicht müde zu betonen, es gäbe kein Personal, es gäbe keine Räume für erweiterte Konzepte. Und ich habe es am Mittwoch schon gesagt, die Landeslehramtsfachschaften, die haben ihre Unterstützung angeboten. Gestern haben wir lesen können, dass die Kulturdezernentin des LWL auch ihren Platz, die Museen anbietet für Schulen, um dort eben auch unterrichten zu können, um dort alternative Konzepte anbieten zu können. Allerdings stellt man bedauernd fest, dass es offensichtlich die Menschen der Landesregierung schon ihre Konzepte aufdrängen müssen, um trotzdem ungehört abzuprallen an dieser Landesregierung mit diesem Ministerpräsidenten an der Spitze. Und die Ministerin hat es heute noch einmal im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger unterstrichen, dass sie diese Fragen von räumlicher Entzerrung nicht weiter verfolgt. Ich frage Sie, Frau Ministerin, warum verfolgen Sie diese Konzepte nicht, wenn Ihnen die Konzepte doch quasi angeboten und die Räume fast aufgedrängt werden? Und nun kommt der nächste Chaosvorschlag aus dem Schulministerium zum Vorziehen der Weihnachtsferien. Und ja, man kann inhaltlich über diesen Vorschlag auch diskutieren. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber in Ihrer Kommunikation zeigte die gesamte Widersprüchlichkeit Ihrer Krisenpolitik auf. Einerseits versuchen Sie uns ja ständig, diese Scheinnormalität zu suggerieren. Und andererseits braucht es jetzt eine Art Weihnachtsquarantäne, damit Kinder die Möglichkeit haben, mit ihren Lieben zu feiern. Das ist schlicht und ergreifend widersprüchlich. Und diesem Widerspruch kann man nur damit erklären, dass das eine Nebelkerze und ein Ablenkungsmanöver ist. Und auch beim Thema Stufenpläne und angepasste Maßnahmen hat die Ministerin sich immer hinter der KMK verschanzt und gesagt, wir brauchen abgestimmte Maßnahmen. Übrigens lesen den KMK-Beschluss andere Länder ganz anders, als die nordrhein-westfälische Schulministerin das tut. Und nun sprecht sie voran mit diesem Vorschlag zu den Weihnachtsferien, der übrigens, wenn man sich das mal so anschaut, wie die Kommentare auch der anderen KMK-Kolleginnen sind, auf wenig Begeisterung stößt, Frau Ministerin Gebauer. Und da schließt sich für mich schon die Frage an, mit wem stimmt sich die Schulministerin eigentlich ab. Auch Kollege Kutschaty hat ja gerade darauf hingewiesen, dass es sehr viele Stimmen gibt, die jetzt auch darauf hinweisen, dass das die nächsten Probleme auslöst, Betreuungsproblematiken. Genau, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter hat darauf hingewiesen. Und es darf doch nicht sein, dass diese Maßnahme jetzt wieder dazu führt, dass das auf dem Rücken von Familien und vor allem auf dem Rücken von Alleinerziehenden ausgetragen wird. Sie hätten vorher Betreuungskonzepte auf den Weg bringen müssen und nicht jetzt schulterzuckend daneben stehen. Meine Damen und Herren, vor heute, am 13. März, also sprich genau vor 10. März, vor 10 Monaten, haben wir die Kinder im Lockdown ins Homeoffice geschickt. Das war die schlechteste Entscheidung, die wir haben treffen können. Heute wissen wir das. Und trotzdem, dass wir das alle wissen, trotzdem, wenn es nach Rot und Grün ginge, würden wir heute mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erkenntnissen es wieder tun. Gegen das Wohl der Schülerinnen und Schüler, gegen die Bildungsgerechtigkeit. Das, meine Damen und Herren, das ist Ihr Beitrag in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Und Herr Kutschaty, Sie haben immer wieder hier am Pult gestanden und haben immer wieder vorgetragen, Sie mögen auch aus der Opposition heraus Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen in dieser schwierigen Zeit. Wer als Vorsitzender einer sozialdemokratischen Fraktion in einer Pandemie aber keine andere Idee hat, als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken und ihnen damit Bildungschancen zu nehmen, der kapituliert vor den Herausforderungen dieser Zeit und übernimmt keine Verantwortung. Und, meine Damen und Herren, zehn Monate Corona-Geschichte liegen hinter uns, auch im Bereich der Bildungspolitik, mit vielen unterschiedlichen Erkenntnissen und Erfahrungen und auch mit vielen Entscheidungen. Und von einer historischen Entscheidung darf ich Ihnen, nicht nur liebe SPD-Fraktion, sondern Ihnen allen heute berichten. Vor Beginn dieser Plenardebatte gab es eine Kultusministerkonferenz. Dauer einer Stunde. Unterricht in Pandemiezeiten. Und noch nie, noch nie waren sich alle, alle Kultusministerinnen und Kultusminister so einig, dass kein flächendeckendes Wechselmodell eingeführt werden darf. Und Sie tun es auch nicht. Und Sie tun es auch nicht, so wie es immer von Ihnen behauptet wird. Und weil Hamburg angesprochen worden ist, Herr Senator Thies Rabe ist einer der größten Verfechter für seine Schülerinnen und Schüler und sagt, so lange als möglich im Präsenzunterricht. Zum Kollegen Tonne hat meine Vorrednerin schon einiges gesagt. Auch er spricht sich eindeutig, eindeutig für den Präsenzunterricht aus. Und auch gestern, Herr Professor Lorz, weil Hessen immer angeführt wird, hat gestern im Hessischen Landtag ausdrücklich sich dafür ausgesprochen, dass der Präsenzunterricht die einzige Wahl ist und es keine Abkehr vom Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler geben wird. Und vielleicht noch last but not least, wir haben eine SPD-Präsidentin, Frau Hubig aus Rheinland-Pfalz. Und Frau Hubig hat als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz für uns alle sich genauso wie wir alle heute am Tag für Präsenzunterricht so lange wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler ausgesprochen. Und da frage ich Sie, mit welchem Modell wir wie nach Hause gehen wollen. Und Frau Paul, ich finde es schade, ich finde es schade, dass Sie es leider immer noch nicht verstanden haben, dass die Schulen bereits schon jetzt die Möglichkeit haben, dass Schülerinnen und Schüler im Wechsel von Distanz und Präsenz unterrichtet werden können. Und ich glaube, es macht Sinn, in diesem Zusammenhang sich noch einmal die Verordnung anzuschauen, zu der es ja nun auch ein Expertengespräch bzw. eine Anhörung gegeben hat und die wir gemeinsam nachher hier verabschiedet haben. Und dort in dieser Verordnung steht alles genauso drin, von dem Sie bestreiten, es gäbe es nicht für Nordrhein-Westfalen. Ich denke an dieser Stelle, wir sind gut aufgestellt und wir tun alles Gute daran, die Kinder so lange als möglich im Präsenzunterricht auch in diesen schwierigen Zeiten zu halten. Herzlichen Dank.